So, guten Morgen, alle Mann. Ja, ähm, oh Mensch, wachs doch, boah, weißt du was, wenn das so nicht geht, dann muss ich mir leider mal zwei von Spookies Knochen, ähm, äh, nehmen, das gibt's ja nicht, das sieht aus wie Essen, okay, dann haben wir wenigstens schon mal einen, äh, das ist der falsche, wo ist der andere? Hier. Ah, ah, okay, gut, dann haben wir wenigstens zwei, so, das ist ja schon mal etwas, weil sonst funktioniert das hier nicht, das ist echt, Alter, äh, okay, ähm, da, ja, das, äh, das, äh, das, äh, Du kennst das, ja, die Bäume sind der Knaller, ja, das ist, okay, das ist, also definitiv die Bäume sind der Knaller, so. Äh, äh, okay, ähm, das, 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 dann natürlich hinab, und, ähm, dann hier, 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 oh, das sind, äh, Oh, no, meine Axt ist kaputt gegangen, oh, meine Axt ist kaputt, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, das ist schlecht, oh, das ist, oh, Oh, das ist so schlecht, oh, das ist jetzt aber ganz blöhn, oh, ist meine Axt kaputt gegangen. Kann ich mir die neue eben machen, so aus dem Stehgreif? Äh, nicht wirklich, ne, leider nicht. Ach, schade. Au. Ach, schade. Ach, schade. Verdammt. Okay, da muss ich jetzt die... Da muss ich die Handkantentour machen. Das ist jetzt schade. Da muss man auch aufpassen. Ich habe das... Ich vergesse das auch jedes Mal. Dass diese Dinger ja natürlich kaputt gehen. Ah. Ich vergesse das wirklich jedes Mal. Naja, okay. Dann mache ich mir jetzt eben gleich eine neue. Dazu brauche ich aber am besten... Ähm. Gut, dann kann die auch hier gerade runter. Das hat ja sonst noch eh keinen Sinn. Ähm. Ich... Ich brauche dafür Stein. Ja. Eisen werde ich dafür nicht nehmen. Das ist mir zu kostbar. Und, äh... Höhlentour oder sowas habe ich jetzt auch noch keinen Nerv für. Das würde ich auch nicht machen. Deswegen, äh... Bleibt das jetzt mal kurz noch außen vor. War... Ich habe mit Sicherheit... Ja, ich habe auch ein Wetzling. Siehste? Okay. So. Das könnte sogar schon... Genug sein. Eventuell. Eventuell. Wie viel haben wir? Alter, das ist mehr als genug. Oh. Oh, man. Das ist aber so viel. Wo habe ich diese Dinger hingepackt? Da. Füch. Wie viel ich damit soll. Vier und... Okay. Das ist das Knochenmehlgezeug. Das packen wir mal da. Das sieht aus wie Essen. Und kein, äh... Ja. Okay. Das Texturenpack ist ein bisschen... Ein bisschen strange. Ich brauche, ähm... Ähm... Stein. Wann holen wir doch gerade hier mal Stein? Kann ich ja hier raus zaubern. Oh. Nein. Och. Das ist... Oh no. Das ist auch noch der falsche Stein. Oh. Das ist überhaupt gar kein Stein. Das ist die Ionite. Okay. Weißt du was? Nehmen wir es mit. Wer weiß, wofür wir es gebrauchen können. Ach Gott. Ich muss so mit diesen... Texturen aufpassen. Die sind echt ein bisschen... Aua. Da. Ein bisschen, ähm... Strange. Okay. Texturen... Äh... Texturen. Kohle. Kohle. Aber auch... Da oben ist noch mehr Kohle. Äh... Die holen wir aber nicht jetzt. Die brauchen wir jetzt auch gar nicht. Ich habe die jetzt nur mitgenommen, weil die da war. Nur deshalb. Nur... Deshalb. So. Jetzt haben wir die definitiv genug. Das ist der falsche Kasten. Ich tue das mit da... Oh, nein. Ich tue das mit hier rein. Dann brauche ich jetzt... Ich hatte... Ich hatte... Und jetzt habe ich nicht mehr. Äh... Doch. Man kann doch auch aus den Dingern hier dann... Natürlich. 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 Das würde mich auch sehr wundern, wenn das nicht geht. Na? Also wirklich. Das würde mich... Sehr wundern, wenn das nicht geht. So. Okay. Ja, das ist doch besser. Besser, besser, besser. Ich dachte gerade, da wäre ein Hase. Okay. Jetzt fangen wir mal an, das Layout zu legen. Damit wir mal wissen, wie das Ding eigentlich aussehen soll. Und zwar... Habe ich mir gedacht, ich mache das ein bisschen winkelig. Also so ein L-Winkel. Und ich glaube, so die perfekte Variante wäre... Hier rein. Und hier rum. So. Na? Also. Und ich würde das gerne so machen, dass ich quasi... Vorne noch ein bisschen Platz und hinten haben wir sowieso mehr als genug Platz. Okay. Sagen wir mal... Ich fange... Oh, ich muss da drüben aufpassen. Äh... Ich fange hier an. Da fangen wir mal an mit dem ersten. Ja? So. Also hier würde ein Stempel sozusagen hinkommen. So. Und dann haben wir hier... Ähm... Eine Mauer. Dann können wir hier ein Fenster setzen. Noch eine Wand. Äh... Hier zum Beispiel eine... Ich mache es mal kurz so. Also. Äh... Eins, zwei, drei. Dings. Eins, zwei, drei. Oh. Da muss das wieder weg. Und dann müssen wir hier sozusagen ein weiteres Teil... Das ist aber doch größer, als ich dachte. Ähm... Hm. Okay. Ja, aber dann wäre das, wenn ich jetzt hier... Also sagen wir mal, ich würde das Fenster, ne? Und dann ist blöd mit Tür. Das... Ne. Das ist schon okay so. Das lassen wir so. Das ist okay. Ja, doch. Das lassen wir so. Das kommt mir gerade sehr groß vor. Aber ich glaube... Das geht schon. Eventuell muss ich es noch ein bisschen hier rüber ziehen. Ja, ich glaube, das werde ich auch tun. Ich werde das, glaube ich, eher hier hinziehen. Das heißt, zwei darüber. Dann ist das hier. So. Und dann können wir den wieder wegnehmen. Und den auch wegnehmen. So. Der kommt dann logisch auch weg. Und das ist die Tür. Und der kommt auch weg. So. Und dann haben wir hier... Ähm... 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 Was haben wir jetzt hier? Ähm... Ich weiß es nicht. Okay. Wand. Fenster. Wand. Ja? Okay. Wand. Fenster. Wand. Fenster. Wand. Ding. Okay? So. Wand. Fenster. Wand. Oder Doppelfenster. Man könnte auch ein Doppelfenster hier hinsetzen. Ähm... Wäre vielleicht auch nicht schlecht. Wand. Doppelfenster. Wand. Und so. Dann ist das noch ein bisschen... Bisschen rüber. Dann ist es hinten ein bisschen schmaler. Es muss ja nicht so generell so sein. Das kann ja ruhig hier ein bisschen schmaler sein. Okay. Dann haben wir hier... Äh... Da muss ich jetzt gucken. Das ist genau... Hier. Hopp. Okay. Das ist dann dieses Ding. Und hier ist... Das hier. Habe ich da was? Achso. Ich dachte da wäre... Etwas. Ja. Gut. Und hier... Haha. Ja. Das wird dann etwas... Ungleich. Ah. Ne. Das müssen wir machen. Also. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Nehmen wir mal dazwischen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Müssen wir doch so setzen. Äh. Müssen wir es doch gleich setzen. Weil sonst ist mir das zu... Uneben. Stimme das nicht. Nicht. So wie es soll. So. Dann haben wir hier noch einen. Zwei. Und drei. Und dann setzen wir den Arm weg. Raus. Und rüber. Und dann müssen hier hinten natürlich dann... Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Äh. Da. Oh. Pss. Das war jetzt... Ja. Das ist ganz schlau. So. Äh. Äh. Mal schnell Heier machen. Ha. 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 Und Heier. Heier. So. Keine bösen Jungs. Keine bösen Jungs. Keine bösen Jungs. Keine bösen Jungs. Oh. Keine bösen Jungs. Gott. Okay. Ähm. Einer fehlt mir noch. Und zwar hier. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Richtig. Huh. So. Damit haben wir das Grund... Layout. Okay. Hier müsste ich dann vielleicht auch noch ein bisschen rumziehen. Hier vorne. Das ist ganz okay. Hier hinten ist eigentlich auch okay. Hier kann ich noch ein bisschen rausholen. Und hier kann ich das auch ein bisschen schöner machen. Mit einem kleinen Steg. Und einem kleinen weiß ich noch... Achso. Hier ist ja ein Baum. Ach. Ich bin so blöd. Ich habe gerade gedacht, das wäre schon ein Haus. Nein. Das Haus ist ja erst hier. Ne. Da kann ich noch so eine kleine Terrasse zum Beispiel hinsetzen und so. Ah. Das ist nett. Das gefällt mir. Genau. Also. Wir setzen hier ein kleines Häuslein hin. Nichts Großes. Nichts Gewaltiges. Ähm. Naja. Es ist schon ein bisschen groß. So. Im Großen und Ganzen ist das schon ein bisschen groß. So. Was? Was? Ähm. Ich habe es doch eben genau gesehen, wie das gemacht hat. Zwick. Oder beziehungsweise wie... Weiß. Weiß. Und auf einmal taucht das hier auf. Das ist... Ja. Alles klar. Okay. Ich... Äh. Hier spukt's. Ne. Jetzt mal ernsthaft. Hier. Hier sp... Oh. Hier spukt's. So. Dann machen wir das hier. So. Und so. Genau. Und dann haben wir hier nämlich dann... Das Fenster. Ne. Und hier haben wir dann auch ein Fenster. Und da haben wir auch ein Fenster. Und hier haben wir eine Tür. Eine schöne Tür. Und noch ein Fensterchen. Eine Tür, ein Fenster. Nice. So. Dann haben wir hier zum Beispiel... Nice. Oh. Das ist so toll. Ne. Äh. Ja. Okay. Jetzt wird's gleich... Aha. Okay. Ähm. Doch. Das ist okay. Das ist... Das ist schön. Das passt. Das sieht okay aus. Ja. Doch. 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 Oh. Ich muss auch den Boden dann noch überlegen. Was ich mit dem Boden mache. Da werde ich vielleicht... Ähm. Ich find das cool mit dem Texture Pack. Weil da sind kleine Nägel dran. Ja. Das ist... Hat was so. Okay. Ich hab jetzt hier nichts mehr. Dafür alles mehr. Logischerweise. Und da hab ich eh nichts. Das heißt, ich brauch jetzt wieder... Auckwood. Okay. Dann müssen wir leider Gottes dann noch ein bisschen sammeln gehen. In der Hoffnung, dass ich hab noch einen... Setzling... Setzling... Das ist auch Ock, ne? Ja. Das ist auch Ock. Nehmen wir das mit. Und... Oh. Oh. Guck an. Noch ein Apfel. Und den kann ich auch mitnehmen. Weil der sowieso... Weil der sowieso sehr winzig ist. So. 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 Ockwood. Ockwood. Ist das... Ist das echt so riesig breit hier? Ich hätte gedacht, das wäre schmaler, aber das ist wirklich so riesenbreit. Das ist aber größer, als ich dachte. Ähm. Ja. Nun ja. Ich weiß nicht. Ich find das schon sehr groß. Ha. Ich mein, ich könnt's kleiner machen. Aber dann ist halt... Tja, ich weiß nicht. Dann ist es halt auch irgendwie... Naja, es ist dann halt auch kleiner, ne? Hm. Das ist jetzt echt... Ich weiß noch nicht, was ich jetzt hier von halten soll. Ne, das ist ehrlich... Ich weiß es noch nicht. Was hab ich denn hier gesagt? Äh, 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 1er Fenster, ne? Ja. Äh. Ach, das sind dann 3 Fenster. Oh mein Gott. Okay. Ey, das ist ja... Oder ne Tür hinten. Ich könnte hier auch noch ne Tür hinten reinsetzen. Ja, warum nicht? Ich könnte auch ne Tür hier hinten reinsetzen. Naja, okay. Fangen wir mal an. Ops. Hallo? Okay. Diese... Ich mag diese Dinger nicht, ehrlich. Au! Mist. Das ist falsch. Das ist ganz falsch. Das ist viel größer, als ich das dachte. Hm. Ähm. Ich habe das nicht so groß errechnet. Also, äh, nicht so groß geplant. Ich hab das eigentlich ein bisschen kompakter gehalten, gedacht. Das ist sehr, sehr groß. Das ist wirklich groß. Also, richtig, richtig groß. Das hier ist halt gewaltig. Hallo. 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 Du kleiner Schnoffi. Hallo. Du Schnöffelchen. Was? Wir hatten hier gerade gegrunzt. Ähm. Oh. Oh. Lolololololilalalala. Das ist echt, ähm. Puh. Das ist sehr, 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 sehr groß. Und dieser Holzklotz hier, der ist aber so auch nicht ganz richtig. Nee, nicht wirklich. Weil eigentlich ist der nicht drinnen, sondern eher draußen. Naja, okay, lassen wir es jetzt mal. Eigentlich müsste der draußen sein und nicht drinnen. Außer ich mache natürlich hier so eine Art Mauer hin. Dann könnte ich den da draußen hinsetzen. Ja, das würde dann auch funktionieren. Das ist jetzt wirklich blöd. Weil ich hab das nicht so riesig gedacht. Kann ich das noch ein bisschen verkleinern? Ich muss mal überlegen. Mal, mal, mal überlegen. Wie könnte ich das verkleinern? Ich könnte dieses Ding auf ein Zweierfenster ziehen. Und dann das da hinten halt auch auf ein Zweierfenster. Ich könnte auch das Ding da kleiner ziehen. Anstatt halt noch ein Fenster daneben, könnte ich dann einfach direkt da die Mauer setzen. Aber das würde mir auch nicht gefallen. Ich finde das mit den Fenstern da schon ganz nett. Allerdings... Nee, das ist schon okay. Ich lasse das, wie es ist. Ich lasse das jetzt, wie es ist. Ach, come on. Mann, das ist doch dunkel genug. Mann, das ist doch dunkel genug. Okay. Okay.